Das neue Hauptquartier der Militärallianz NATO in Brüssel. Mehr als eine Milliarde Euro hat es gekostet. Nur ein Name fehlt dem Gebäude noch. Der gerade verstorbene US-Senator John McCain könnte nun zum Namenspatron werden. Ein Vorschlag, den mehrere ehemalige NATO-Generalsekretäre unterstützen. Der derzeitige NATO-Chef Jens Stoltenberg will den Vorschlag prüfen. Dem konservativen McCain gegenüber äußerte er großen Respekt. McCain war im Gegensatz zu Parteikollege Donald Trump ein großer Unterstützer der NATO und ein Freund der Osterweiterung der Allianz. Er starb am 25. August. Es gibt nichts Besseres, als das neue Hauptquartier der NATO nach diesem Mann zu benennen, der mehr für die Organisation getan hat als jeder andere seit dem Fall des Eisernen Vorhangs, so der ehemalige estnische Präsident Thomas Hendrik Ilves. Die NATO selbst ist derzeit in einer Krise. Vor allem aus den USA gibt es Vorwürfe gegenüber den Mitgliedern, nicht ausreichend Geld für die Verteidigung auszugeben. Auch Deutschland sieht sich dieser Anschuldigung ausgesetzt. Die USA unter Präsident Trump, bisheriger Hauptunterstützer des Bündnisses, haben sogar mit dem Austritt gedroht. Die USA untertitelung des Bündnisses,